Ready? Ich will die Bombenkits in 5, in 4, in 3, in 2, in 1. Wir laufen nach vorne. Okay, die laufen da rum, ist okay. Ja, ist kein Problem, es ist nur zum... Ah, okay, sorry. Nice set. Wir baiten, als würden wir durchlaufen. Wir gehen dann wieder zurück. In 3, in 2, in 1 zurück. Wir stacken hier. Wo sind die denn? Na, die sind da oben. Okay, wir gehen durchs Gate in 3, in 2, in 1. Let's go, durchs Gate. Mikroportal da hoch. Wir baiten die an. Macht nur ein bisschen Damage. Mach nur ein bisschen Damage. Wir gehen wieder zurück. Kriegerbubble, ready? Kriegerbubble, jetzt. Wir bleiben hier stehen. Wir bleiben hier stehen. Pullt ihr die Bubble. Bleibt hier links. Bleibt hier links. Wir haben Leute in der Bubble. Wir haben Leute in der Bubble. Wir dodge einmal nach rechts. Wir bleiben hier auf meiner Position. Wir bleiben hier auf meiner Position. Zweite Bubble bitte vorne rein. Die sind gecornered. Wails und Bubble. Alles, alles. Kommt, macht Damage. Bleibt auf den Downs. Bleibt auf den Downs. Sie machen den Zeiten-Push. In 3, in 2, in 1. Den Zeiten-Push auf die oben. Nach oben. Jetzt go, die sind tot. Da gibt's Content. Lasst den Einkrieger laufen. Holt euch nur die Downs. Da oben sind ein paar Randoms. Okay, wir... Luna war noch... Ah, Luna wurde wahrscheinlich von denen gewiped. Ist das Tech private? Ja. Die Randys sind doch mit uns mitgekommen. Gerade eben. Von der Bucht aus. Okay, ja. Ich würde bloß fragen, ob der... Also nur schauen, ob der Tech die... Wenn die Sitzung gezogen hat. Wer ist da hinten noch? Ted. Ted nicht. It's ready. Stave in. 5, in 4, in 3, in 2, in 1. Wir gehen nach vorne. Zieht die Jairus jetzt auch. Zieht die Jairus. Wir gehen nicht direkt all in. Oh, bitte. Oh, okay. Krieger jetzt nach vorne. Krieger jetzt nach vorne. Krieger jetzt nach vorne. Macht die Stabil an. Krieger nach vorne. Bleibt hier stehen. Bleibt hier stehen. Gebt nicht in die Bubble. Gebt nicht überall. Lass den Krieger da rein. Das ist kein Damage. Wir gehen durch. In 3, in 2, in 1. Let's go. Wir gehen rein. Wir gehen jetzt rein. Damage hier. Bleibt aber hier am Anfang. Bleibt am Anfang. Gebt nicht zu deep. Gebt nicht zu deep. Bleibt hier bei links. Kommt, dodge mir. Dodge mir. Dodge mir. Hier ist kein Damage. Wir bleiben hier. Wir pushen jetzt auf den Ausleger. In 3, in 2, in 1. Push auf den Ausleger. Voll auf den Ausleger. Push auf den Ausleger. Damage hier. Damage hier. Full Damage hier. Full Damage hier. Full Damage hier. Full Damage hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir pushen in den Lordraum. In 3, in 2, in 1. In den Lordraum. Kommt in den Lordraum. Let's go. Wir stacken hier auf Marker. Wir stacken hier auf Marker. Wir stacken hier auf Marker. Wir warten hier. Die sind gestapet. Haben wir noch eine Bubble? Ja oder nein? Wir sind 10. Wir lassen die in uns reinlaufen. Wir lassen die in uns reinlaufen. Bubble auf uns mit den Whales. In 3, in 2 und 1. Jetzt. Bubbles und Whales. Bleibt hier stehen. Bleibt hier erstmal stehen. Dodge einmal nach links. Dodge einmal nach links. Komm zu mir. Komm zu mir. Stacked einfach. Wir bleiben hier. Wir pushen auf Helm. In 3, in 2 und 1. Wir pushen jetzt runter. Dodge einmal durch. Dodge einmal durch. Full durch. Full durch. Und bleibt hier stehen. Es ist okay. Wir bleiben hier stehen. Dodge noch einmal durch. Lauft einfach durch. Wir bleiben hier unten. Wir pushen jetzt auf die Downs. Wir pushen auf die Downs. In 3, in 2 und 1. Pushen auf die Downs. Wir bleiben hier stehen. Wir machen Damage. Okay. Geht auf die Downs. Die sind durch uns durchgelaufen. Damage machen. Damage. Dann kriegen wir unsere Leute ab. Cleave die. Cleave die. Cleave die. Wir dodgen einmal nach hinten. In 3, in 2 und 1. Dodge einmal nach hinten. Dodge einmal nach hinten. Wir bleiben hier. Wir pushen auf sie drauf. In 3, in 2 und 1. Haben wir die Whales? Ne, können nicht. Okay, dann. Macht den Damage hier. Die haben nichts mehr. Die haben nichts mehr. Die sind in die. Ja, die sind in die Damm. Toll. Geile Elo. Wer auch immer die geworfen hat. Wo hast du denn das denn? Wer immer die nur geworfen hat. Wir redzen nach eben oben. Ey, Sorry ist da immer noch. Kommt mal hoch. Kommt mal hoch. Top-Date. Wir pushen auf Sorry. In 3, in 2 und 1. Let's go. Kommt. Puls rein. Puls rein. Puls einfach durch. Wir bleiben hier stehen. Wir followen den. Wir followen den. Let's go. Wir followen den. Damage hier. Damage hier. Pull. Okay, cleave die. Also das wäre geil, wenn die weiter so zu dritt da wären. Das wäre echt nice. Das wäre guter Kommen. Das wäre ein richtiger PFT-Grin. Ach, wir haben ja auch nur 2 Bubbles. Richtig? Wir haben 3. Ach, du bist auf Krieger? Okay, perfekt. Ich hab, ich hab Bubble 1, bin ich. Ja, okay. Ne, ich dachte nur bei E-Bugs. Bubble 2 ist Josh, Bubble 3 haben wir dann einen kleinen Reitiger. Nehmt euch den Banner. Ach, das ist echt Wabi zerschossen. Okay, wir stacken hier. Sollen wir den Rott kurz auffrischen? Nein, nein, nein. Wir stacken hier. Bin das schon wieder unten, ja. Wir gehen, wir gehen an die Kante. Let's go. Wir gehen da vorne an die Kante. Alter, Ted. Keine Stappe, wir gehen jetzt wieder zurück in 3, in 2, in 1. Wir gehen zurück, wir gehen zurück. Kommt, stackt hier bei mir, stackt hier bei mir. Macht hier die Gyros an, macht hier die Gyros an. Wir blasen einmal. Wir bleiben hier stehen. Wir bleiben hier stehen. Wir bleiben hier stehen. Empowered. Wir müssen hier hochlaufen. Link. Binge. Links von uns. Okay, wir laufen, wir laufen. Komm, komm. Wir droppen runter. Ich will die Wales ohne Bubble. Ich will die Wales ohne Bubble. In die Rebecca. Macht CC, macht CC. Okay, wir bleiben hier. Wir bleiben erstmal hier. Bubble nach vorne. Bubble nach vorne um die Ecke. Bubble geht. Bubble nach vorne um die Ecke. Ja, die wir jetzt noch. Ist doch, ja, ich will die Wales ohne haben. Genau. Kehle mal den von Demon, bitte. Kehle mal den von Demon, fokussieren wir kurz. Bleibt hier stehen. Wenn die hinten in uns reinpushen, wie ich ne Bubble. Okay, wir laufen nach oben. Wir laufen nach oben. Wir laufen nach oben, wir laufen nach oben. Let's go. Wir droppen hier raus. Wir droppen mit, wir droppen mit, wir droppen mit. CC rein, CC rein, CC rein. Einfach, Alter, killt hier was. Warte mal, ich will den Weaver, ich will den Weaver. Stack on me, Stack on me, Stack on me. Hell ist da vorne, Stack on me. Haben wir die Gyros noch? Ja. Okay, perfekt. Wir haben zwei Stamm. Warum laufen die nicht? Wir nehmen die Brücke. Wookie. Wir gehen in der. Das ist nicht Luna auch von Elo gewesen? Nee, das ist ein anderes Luna. Das ist das Lanelunium. Okay, jetzt fokus ab. Ich will die Gyros. In drei, in zwei, in eins. Wir laufen hier nach unten. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Wir laufen hier nach unten. Ich will jetzt einen Krieger nach vorne drin sehen. In drei, in zwei, in eins. Krieger rein. Alles, alles. Alles, alles. Bleibt auf meiner Position. Wir bleiben hier vorne. Reaching? Wir bleiben hier vorne. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Hier ist kein Damage. Beinem. Deutsch 1 zurück. 1 zurück. Empowered. Wir pushen rein. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Macht jetzt nur noch Damage. Nur noch Damage. Nur noch Damage. Nur noch Damage in uns. Nur noch Damage. Cleaf D. Cleaf D. Ich wurde gepusht, alles gut. Einfach damagen, ist okay. Hat jetzt einer aufgenommen? Ja, kann ich sparen. Ja, ich ist gut. Sehr gut. Okay, lass die laufen, lass die laufen, lass die einfach laufen, damit die noch Bock haben. Kommt hier nach hinten, wir laufen hier nach hinten weg. Ist gespart. Nicht angreifen, please, Leute. Bitte nicht, lass die einfach laufen. Luna müsste jetzt gleich auch kommen. 3 in 1, blasted. Gyros direkt hinterher, Gyros direkt hinterher. Wir gehen nach vorne. Willst du eine Bubble vorne drin haben? Ich will in Ill die Bubble haben. Ich will in Ill die Bubble haben. Ist okay, wir laufen durch. Lauft einfach nicht ein hinten, bitte. Lauft durch. So, ich will jetzt auf Ill alles. Alles. In 3, in 2, in 1. Bleibt hier drin. Bleibt hier drin. Bombt alles weg. Bombt alles weg. Kommt hier die Ecke. Kommt komplett hier in die Ecke. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Wir pushen durch. In 3, in 2, in 1. Push links durch. Links durch. Bleibt hier links. Bleibt hier links. Bleibt hier links. Bleibt hier links. Wir bleiben hier stehen. Reds. Was die Reds tun können. Okay. Kommt in die Bucht. In 4, in 3, in 2, in 1. Warum geht's ready? Ich will mit den Gyros erweitern. Deswegen zieht direkt gleich die Gyros. Die Gyros. Wir halten uns links. Wir halten uns links. Wir gehen durchs Gate. Haltet euch. Wir gehen durchs Gate. Geht durchs Gate. Macht die Stabi an. Macht die Stabi an. Und da vorne. Die Bubble bitte. Da vorne die Bubble. Mach ich sofort. Wo ist denn da? Da ist jemand. Hier. Bubble hier. Bubble hier. Bleibt hier. Macht nur damage hier. Dodge zweimal nach hinten. Wir gehen zurück in die Bucht. Wir gehen zurück in die Bucht. Wir kommen. Zurück in die Bucht. Lauft in die Bucht. Lauft in die Bucht. Dodge durch. Macht was ihr könnt. Lauft in die Bucht. Bleibt jetzt hier. Bleibt jetzt hier. Da will ich noch Stunbreaker geben. 10. 11. 15. Ist okay. Wir bleiben hier. Ja. Felsen 15. Felsen 15. Felsen 15. Ja. Komm mal mit hier nach oben. Felsen 5. Ja. Komm mal mit hier nach oben. Felsen 5. Komm mal mit hier nach oben. Felsen 15. Felsen 15. Ja. Ich bin auf jeden Fall. Ja. Das Ding ist. Die stacken halt jetzt. Ja. Ist nicht schlimm. Haben wir Boppen Kits? Oder fehlen uns Boppen Kits? Felsen 5. Felsen 5. Mach mal Boppen Kits ready. Ja. Wir machen die aber nach vorne. Felsen 15. Boppen Kits in 5. In 4. In 3. In 2. In 1. Boppen Kits. Go. Wir droppen hier runter. Ich will die Bubble hier auf die. Ja. Ich will die Bubble jetzt in uns. In uns. Und full Damage. Full Damage in uns. CC. Alles was ihr habt. Kommt zu mir. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier. Bleibt hier auf meiner Position. Mach Damage. Mach Damage. Mach Damage. Wir gehen zurück in die Bucht. Geht jetzt zurück in die Bucht. Zurück in die Bucht. Wir bleiben hier. Bleibt hier. Bleibt hier durch. Okay. Wir gehen jetzt wieder durch. 3. Wir sind weiter. Meine Bubble ist 15. Okay. Wir gehen durch. In 3. In 2. In 1. Wir gehen jetzt wieder durch. Let's go. Nach links. Wir halten uns links. Wir gehen zurück. In 3. In 2. In 1. In 2. Ich will eine Bubble da vorne. Pult. Wir bleiben hier. Wir bleiben auf einer Position. Mach Damage. Mach Damage. Wir bleiben hier. Wir gehen nur ein bisschen rückwärts. Wir pushen auf die rechte Gruppe. In 3. In 2. In 1. In 1. Mach die Pult rein. Sehr schön. Wir bleiben hier. Wir pushen jetzt nach vorne. In 3. In 2. In 1. Wir pushen nach vorne. Let's go. Kriegen wir da einen Puls rein? Kriegen wir noch einen Puls rein? Okay, Puls, vorne. Mach die noch down, mach die noch down und dann gehen wir zurück zur Bucht. Mähtchen geht nur von 15 Leuten. Wir gehen zurück zur Bucht, wir gehen zurück zur Bucht. Bisschen schön. Warte, wer ist auf der... Ja, okay, Ill ist da oben. Da ist Tailor noch. Mit Legend 5, äh, wir gehen durch, wir gehen durch, wir warten aber hier. Wir warten, wir warten hier, wir warten hier. Diesmal auch Massive, Alter. Ne, ne, die ist alles gut. Äh, kommt mit. Machen wir schon die Bombenkits ready, Bombenkits ready, bitte. Wir droppen einmal hier. Mähtchen bitte F2 mal drücken. Danke, wir haben eigentlich auch Zeit Fullblast, ne. Wir brauchen nicht immer nur einmal, wir können schon Freien Fullblast. Ja, wir machen, wir machen jetzt so Fullblast in die Bombenkits. Okay. In 5, in 4, in 3, in 2, in 1. Wir gehen nach oben. Let's go. Ne, ne, ne. Ja, ich hab extra... Ja, okay, sorry. Wir baiten an, dass wir hochlaufen, wir baiten nur an. Let's go, kleine Stabi an. Obwohl, Kriegereien, 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 Rails, alles, alles, alles. Auf die Backline, auf die Backline. Bleibt auf der Backline. Dodge einmal raus, dodge einmal raus. Wir pushen gleich nach oben. Wir pushen gleich nach oben. Wir pushen nach oben. 3, in 2, in 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 2. 3. 3. 4. 2. 1. 2. 2. Wir nehmen das Portal. Wir gehen in das Haus. Wir gehen in das Haus. Let's go. Wir laufen nach vorne. Gyros, Gyros. Macht jetzt die Gyros. Blastet einmal. Blastet einmal. Ist ok. -Babi an. Bubble rein. Bubble rein. Und Full Damage. Wir bleiben auf der hinteren Seite. Wir bleiben auf der hinteren Seite. Komm zu mir. Komm zu mir. Pushen rechts rum in drei und zwei und eins. Rechts rum. Einfach hier. Bleibt hier am Haus. Kommt hier. Wir bleiben hier liegen. Und auch down. Spürt sich Schmetze. Kommt, noch Donch einmal, noch ein mal, ist ok, doge einmal! Wir bleiben hier im Haus! Wir bomben uns jetzt selbst! In 3, in 2, in 1! Bomben, bombt selbst! Bombt selbst! Im Bleiben wir hier Wir gehen nach links 3 2 1 Auf meiner Position Damage Einfach Damage Wir gehen auf die Downs Wir gehen auf die Downs Wir bleiben hier Wir bleiben hier stehen Wir gehen drauf in 3 in 2 in 1 Alles was ihr habt Alles was ihr habt Ist ok cleaven Wir gehen auf die Restliche Gruppe 3 und 2 in 1 Auf die Restliche Gruppe Haben wir Puls Sehr schöne Line Alter macht das Spaß Alter war ziemlich haarig Ein Klick nochmal eingeloggt Ich vergesse auch die ganze Zeit wieder die Whales Ist ok Wir laufen rechts rum Wir laufen rechts rum Stabi an Wir gehen nach oben Danke Wir gehen nach oben Macht noch kein Damage Wir bleiben hier oben Ok wir laufen nach vorne Krieger nach vorne Ok wir bleiben hier oben Wir bleiben hier oben Wir bleiben erstmal hier oben Wir haben schön Wir gehen nach vorne Wir gehen nach vorne Wir gehen rechts rum Krieger Kriegen wir Krieger nach vorne Ok jetzt bleibt Puls in die Bubble Dort schein wir durch Dort schein wir durch Wir bleiben auf meiner Position Wir bleiben hier Wir bleiben hier Wir gehen auf sorry hinter uns Wir gehen auf sorry hinter uns 3 und 2 in 1 Kommt nach hinten 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 Wir müssen einfach nur eine safe Position haben wir bleiben hier stehen, Wir bleiben hier stehen, Supported, Supported, Empower, kriegen wir eine zweite Bubble in uns. Cheryl examine an Reaching, gefährlich, Pult Link, sorry. Pult LinkS Wir gehen nochmal auf Sorry, in 3, in 2, in 1, kriegen wir Lines for Skate, Lines for Skate. Line jetzt. Sehr schön. Jetzt cleave die, cleave die. Ex-Pull. Okay, schießen. Ach, die Cutters sind down, ne? Mach den von Luna noch. Da hinten sind noch ein paar Downers. Ja, das stimmt. Macht mal einen Flammenbock hier weg. Was ist schneller, Flammenbock oder? Die Wand hat 80, wir machen mal die Wand. Haben wir noch Mats? Ja, wir haben hinten noch Cutters, die sind noch aufgeschießen, ne? Ne, die sind kaputt. Nö, baut mal das eine erstmal auf. Alter, die Randys haben die Randys. Baut erstmal das linke. Da stehen da auch noch drin. Aydin, Aydin, Aydin. Ihr würdet gleich nen Pull durch Skate machen. Sollen wir die spiken? Bucht 20 blauen. Mit Axt. Mit Axt kann man da durchpulten. Ein paar stehen nahe genug. Baut mal auf und wir gehen danach zur Bucht. Baut mal auf. Moved out of combat. Let's go. Und wir porten uns mittelfest. Mit unserem Guard. Okay. Der ist verläuft. Fünf. Neun. Vier. In drei. In zwei. In eins. Wir stay for fall. Let's go. Wir laufen nach vorne. In drei. In zwei. In eins. Macht die Stabian. Dodge durch. Dodge durch. Dodge durch. Ich will den Bubble in uns. Bubble in uns. Bubble in uns. Bubble in uns. Macht damage. Einfach hier. Bleibt hier rechts. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier außen. Wir bleiben hier außen. Wells drauf. Macht alles drauf. Die liegen alle. Dodge nach vorne. Auf die Downs. Dodge einfach auf die Downs. Wir bleiben hier stehen. Wir gehen auf die rechte Gruppe. In drei. In zwei. In eins. Bleibt hier stehen. Oh mein Gott. Sehr schön nach Pult. Ach du Scheiße. Maschallah. Maschallah Bruder. Ich glaube das waren auch zwei oder drei Pults gerade. Ja. Ähm. Ja tief nochmal. Die sind von BVW da vorne. Kasse Negros. Sorry an unsere Negros. Die dachten wohl die hatten uns. Dachte der kann auch springen. Okay. Wir. Brucht hat Schlachtkreuzer. I guess. Superspeed. Superspeed an. Wir laufen auf die Suche. Oh sorry. Oh die springen. Ja ist okay. Lasst die springen. Bleibt hier. Bleibt hier. Das ist einfach nur Dominanz. Guck mal. Die hauen ab für uns. Dominanz. Okay. Ich will. Komm mal mit. Wir gehen zu Sam. Sam der Schwimm. Wir stacken hier auf. Wir stacken hier auf. Ich will die Bomben Kids mit einem Blast. Ich will die Bomben Kids hier. In fünf. In vier. In drei. In zwei. In eins. Let's go. Wir schwimmen nur drüber. Wir schwimmen kurz drüber. Damit die uns nicht wegbomben. Oh die laufen schon. Die haben uns nicht gesehen. Okay. Wir bleiben hier. Ich will einen Full Blast mit Gyros. In fünf. In vier. In drei. In zwei. In eins. Gyros. Blastet was ihr könnt. Wir laufen nach rechts in drei. In zwei nach eins. Let's go. Auf nur acht Sekunden. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Linke schon. Ich bin gleich zehn. Ist okay. Wir baiten. Wir laufen links rum. Wir baiten. Wir gehen ganz nach oben. Machen ein paar Felder. Und wir laufen zurück. Wir laufen zurück. Okay und wir pushen jetzt gleich rein. Mit Superspeed. In drei. In zwei. In eins. Krieg nach vorne. Ich will die Waze. So, schweißt du, wirst du doch mal gut... Schweißt du, nicht... Wir gehen nach links hoch, wir gehen nach links um... Wir gehen jetzt hier und... Äh, wir gehen gleich... Warte. Wir warten. Es ist alles mit der Ruhe. Kommt ein bisschen zurück. Wir gehen jetzt auf die. Drei, Zwei und Eins. Auf die. Wir droppen auf die. Wir droppen auf die. Full auf die. Zweite Bubble. Krieg 2... In die rein, in die eine. Mach Tier Damage. Alles, alles, was ihr habt. Bleibt einfach stehen, mach Damage. Ist okay. Mach Damage. Mach Damage. Cleave, 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 cleave. Macht Damage. Einfach Damage. Ich hab das ill gemacht. Macht weiter Damage, come on. Ich hab ja ne komplette Bomb gewastet und dann, ja. War da nicht irgendwo, da unten ist noch einer, kriegen wir den. 5, in 4, in 3, in 2, in 1. Let's go, wir gehen durch Skate in 3, in 2, in 1. Let's go, perfekt. Wir laufen nach vorne. Ich will hier Gyros, ich will hier Gyros. Blastet einmal. Hab nichts mehr, Blast. Ist ok, wir laufen auf die zu. Sehr schön. Krieger nach vorne, Krieger nach vorne. Jetzt schon CCs 1, Pullt nach vorne, Pullt nach vorne. Und damage, alles hier, alles hier. Dodge einmal durch, dodge einmal durch, kommt zu mir. Kommt, wir laufen hier durch, wir bleiben hier stehen. Zweite Bubble und mit den Whales, in 3, in 2, in 1. Und nochmal. Let's go. Pullt. Wir stacken hier auf den 2 und clean. Wir haben Cutter, Pullt stehen, sind auch die müssen gar nicht was lesen. Ja, geht zum Cutter, cleave die Pullt. Kommt, kriegen wir die 5 da vorne noch. Let's go. Lines nach vorne, wenn ihr habt. CC, Pullt, sehr schön. Und jetzt alles, alles da weg, um die 5. Die Randys können sich um die Cutters kümmern. Wir, wir gleiten hier runter. Let's go. 원이, die C-2, in-2. und die C-3 weiter. Bleiben mit den Giros. Bleiben drauf stehen, bleibt raus. Und permanent. Bubble in uns, Bubble in uns in 3, in 2, in 1. Mach die Bubble hier oben. Pullt, pullt von hier unten. Pullt von hier unten, pullt von hier unten. Pullt von hier unten, da ist einer. Killt denedent. Wir gehen nach rechts, wir pushen nach rechts. In 2, in 1, mit den Whales. Ich will die Whales hier, ich will die Whales hier. Kommt zu mir. Bleibt nach meiner Position. Konnt ihr aus der Bubble raus? Kommt die aus der Bubble raus. Wir bleiben hier. Macht die Downs rechts, macht die Downs rechts. Wir gehen nach rechts, wir gehen nach rechts, wir bleiben uns rechts. Wir drehen uns um und geben in 3, in 2, in 1. Wir kriegen die zweite Bubble hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Macht damage, macht damage. Die hängen gleich auf der Backline. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Reds kommt, Reds kommt. Okay, wir bleiben hier. Self-Bomb, Self-Bomb. In 3, in 2, in 1. Self-Bomb, Self-Bomb. Einfach hierbleiben. Wir dodged nach links. In 3, in 2, in 1. Jetzt bleibt hier. Macht damage, macht damage. Wir gehen mit dir mit, einfach langsam mit dir mitlaufen. Puls, wenn ihr könnt. Puls, wenn ihr könnt. Wir bleiben jetzt hier stehen. Macht hier der mit. Ist okay. Hier auf die. Marker. Marker ist gesetzt. Aber wie viele sind das? Was denkst du? 30? 30. Mindestens doppelt so viele wie wir. Das waren aber mehr als 60, finde ich. Alter, der ist geplatzt. Hast du gesehen? Kubi, der war da. Ich habe gerade eben auf den Scourge geschaut. Der hatte gerade... ...killt den, killt den ein, killt den ein, killt den ein. Wir gehen nach links, wir laufen mit dem ein, wir laufen mit dem ein. Wir bleiben hier stehen, wir bleiben bei mir stehen. Kommt zur Bode. Oh ja, okay, killt den ein, killt den ein, cleave den ist. Alles gut, okay. Cleave den. Ich habe kurz Axel gerettet. Das ist einer von New Kids. Cleave den, wir haben noch einen. Cleave die zwei. Der ist einfach eingesprungen und gestorben. Was ist los? Core, das ist Lunar-Gist, ey. Es, 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 ich will die Bubble in uns. In drei, in zwei, in eins, Bubble in uns. Swatch einmal nach links, Swatch einmal nach links, jetzt in die Bubble. Jetzt, wir bleiben hier an der Bubble, außen. Wir gehen nach vorne, 3, in zwei, eins mit der Bubble. Doge einmal hier nach links durch. Damage in uns. Alles, alles was wir haben. Bleibt hier, bleibt hier. Wir gehen zur Brücke, wir gehen zur Brücke. Bleibt auf der Brücke, ich hole dich mit Tobrinx, ich hole dich. Wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir machen jetzt nur damage hier. Wir machen nur damage hier, nur damage hier. Damage, damage, damage. Wir dogen einmal nach hinten, einmal nach hinten. Heat up, heat up. Haben wir noch irgendwas? Barbitz oder irgendwo? für准s이면 immer nach hinten. Klief die hier, klief die hier, wir bleiben hier links. Super, alles damage, damage hier. Kommt zu mir, kommt zu mir. Kiff, 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 kiff. Kiff, 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 kiff. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir, wir bleiben hier, schaut wo ich bin, wir pushen jetzt durch, in 3, in 2, in 1, dodge rauf, dodge rauf, mach damage, mach damage, mach damage, mach damage, hier liegen viele, hier liegen viele, hier liegen viele, wir gehen nach vorne, in 3, in 2, in 1, komm, wir holen uns da, da redzt ein paar, ich weiß nicht was, da vorne, let's go, follow wieder in uns, bleibt einfach hier, bleibt einfach hier, wir gehen nach hinten, out of combat, let's go, geht mal nochmal die, geht mal nochmal, ach da ist auch noch ein bisschen was, I'm sorry, wie ist das, wie ist das, wir gehen nach auf combat, da geht wieder dann Ratsch, also ich sag mal eins, wir bleiben hier stehen und gehen erst rückwärts, war so ein bisschen, wenn's super viele sind, ist echt, lass mal versuchen zu retzen, retzen kann ich ja, erstmal Tett, also ich find's cool, dass du, nicht eingegangen bist, ja, aber ich mein, die machen ja nichts, von Luna kommt ja nichts, warum sollte ich nicht erst rücken, das ist ja die Sorte, Die platzen ja dann trotzdem irgendwann, ja? Ja, natürlich, wenn ich die damage sehe, call ich dodge zurück. Das ist alles gut. Will die Jaros. Obwohl, keine Jaros, keine Jaros. Wir gehen nach vorne. Alles hier rein, alles hier rein. Mach einfach alles hier rein. Wir dodge einmal durch, wir dodge einmal hier. Hallo, 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 hallo. Wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben, wir gehen nach oben, wir gehen nach oben. Wir gehen nach oben, schöne Battle. Hast du da gerade alle gefunden? X-Pull? X-Pull? Was? Wir dodge einmal nach rechts, wir dodge einmal nach rechts. Bubble in uns, bubble in uns. Wir bleiben hier, bubble in uns, bubble in uns, bubble in uns. Die sind hinter uns, die sind hinter uns. Die sind hinter uns, die sind hinter uns. Wir holen die, wir droppen einfach runter. Alles hier noch. X-Pull? Da laufen welche hoch, kriegen wir die zwei. Blau wieder SA, was? Südaußen oder was? Blau wieder SA. Südaußen, wir gehen nach Südaußen. Let's go. Lauft einfach, lasst die Randoms clean. Ich will keinen da runter fliegen sehen. Wir droppen runter, gehen an den Steg. Da machen wir die Gyros an. Krieger geht nach vorne. Wir machen alles drauf, okay? Nein. Ich will die Bomben killen. Fünf, in vier, in drei, in zwei, in eins. Let's go. Die anderen kommen links, lasst. Ist okay, wir gehen nach unten. Nicht gleiten, nicht gleiten, nicht gleiten. Bleibt hier außen, macht Gyros an. Nicht fighten, nicht angreifen. Bleibt hier, bleibt hier. Wir gehen jetzt nach vorne, wir gehen jetzt nach vorne. Mit der Bubble, mit der Bubble, geht durch, geht durch, geht durch. Pullt jetzt hier die Backline, pullt die Backline, pullt die Backline. Wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Kommt, Deutschmeier nach hinten, Deutschmeier nach hinten, wir stehen im Damage. Deutschmeier nach hinten. Red's come, Red's come, Red's come, Red's come. Ich bin stuck, wie ich hier gesagt. Bleibt hier, bleibt hier. Wir sind immer noch stuck drinne, danke. Lassen uns die fighten. Bleibt hier, bleibt hier. Wir baiten, wir gehen nach vorne und wir gehen dann wieder zurück. Wir gehen rechts rum. Fünf, in vier, in drei, in zwei, in eins. Wir gehen rechts rum, wir baiten nur, wir baiten nur. Wir gehen jetzt nach hinten, wir gehen nach hinten nicht. Und wir gehen jetzt links rum rein. Full rein mit der Bubble. In drei, in zwei, in eins. Full rein, full rein, full rein. Full rein, alles. Nächste Bubble. Backup-Bubble, Backup-Bubble. Dodge durch, dodge durch, dodge ins Ende, dodge ins Ende. Wir haben nichts mehr. Alles, 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 alles. Cleave schneller, cleave schneller, cleave schneller. Wir dodgen wieder an Anfang, wir dodgen an Anfang. Cleave hier am Anfang, cleave hier am Anfang. Jetzt, äh, Thrust. Das war seine Trattle. Blast, mit vollem Blast, drei, in zwei, in eins. Blast, blast, blast. Wir gehen durch Skate, let's go. Wir gehen links hoch. Und ich will den Krieger nach vorne, ich will die Wells, ich will die Wells und erstmal auch sorry, alles, alles hier. Wir halten uns hier links. Bleibt hier links, macht von dir damage. Wir gehen zurück, wir gehen zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Komm zurück, komm zurück. Wir gehen rechts rum, wir gehen rechts rum. Zweite Bubble jetzt. Zweite Bubble in uns, Zweite Bubble in uns. Zweite Bubble in uns. Alles rein, alles rein, alles rein. Dodge einmal zu mir raus, dodge einmal zu mir raus, bleib hier. Wir haben hier sehr viele Tote, bleibt hier. Wir gehen, wir gehen weiter nach rechts, zum Gate. Drei, zwei, eins, let's go. Killt die, die hier liegen und wir gehen auf die Downs, wir gehen auf die Downs zurück in 3, in 2, in 1, let's go, auf die Downs zurück. Und jetzt cleave einfach. Ich fühl so sorry für 3. Cleave mal den Dead Eye da. Oh man. Wir haben komplett 3 gewiped. Einer von komplett. Okay, wir gehen den mal entgegen. Von Monkey. Luna, sorry for uns. Okay. Und noch mehr, da noch mehr drin ist. Kommt ein bisschen nach hinten. Kommt ein bisschen nach hinten. Ich gehe hier immer noch mal. Sorry, geht rechts rum. Wir gehen auch rechts rum. Jetzt können wir stationen. Ich bin falsch. Wir gehen auf die, wir gehen auf die, wir gehen einfach auf die CT, CT, CT die Backline. Hier, kill den, kill den, kill den Target. Da brauchen wir auch keine Stabi für. Ich bin alleine hängen geblieben. Und bin einfach nicht weiter weggekommen. Ist, 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 ist okay. Es waren ja nur 3 Leute. Wir gehen auf Luna zu und baiten. Wir laufen zurück in 3. Wir laufen hinterher. Wir laufen jetzt in 3. In 2 in 1. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Auf mir ist ein Dead Eye. Wir bleiben lassen wir hinten. Wo das Auge? Er bleibt hier im Wasser. Wenn die, wenn die rüber laufen, will ich eine Bubble in uns. Bubble in uns. 3. 2. Kommt zurück, kommt zurück. Haltet euch hinten, haltet euch hinten. Bubble abhoch, Bubble abhoch. Zweite Bubble in uns. Jetzt Bubble in uns. Bubble in uns. Bubble in uns. Macht einfach die Bubble in uns. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir gehen rückwärts. Dodge einmal hinten. Kriegen wir jetzt eine Bubble. Kriegen wir jetzt eine Bubble auf. Ja, kommt. Bubble kommt. Haltet euch hier links. Haltet euch hier links. Wells in uns. Wells in uns. Wells in uns. Jetzt. Geht rückwärts. Geht rückwärts. Geht hier hoch. Geht hier hoch. Geht hier hoch. Geht hier hoch. Reds kommt. Reds kommt. Reds kommt. Reds kommt. Reds kommt. Damage. Wir dodgen einmal durch. Wir dodgen einmal durch. Wir gehen zu Sam. Wir gehen zu Sam. ja die sache ist einfach die die spiel halt also wir gehen full seitlich rein kommt mit krieger nach vorne das lecker hinten ist doch der krieger bitte weiter geht durch durch auf meine position wir bleiben hier wir bleiben hier am baum am baum bleibt dann kommt nach hinten kommt nach hinten kommt nach hinten rechts rum okay wir bleiben hier wir bleiben hier gehen jetzt durch auf luna 321 auf luna kommt auf die auf die auf die auf die auf die kommt durch kommt durch bis hier bis hier bis hier die welt auch noch die welt auch noch okay wir bleiben hier wir gehen rechts drei in zwei rechts rechts auf die da uns liegt die da uns wirklich kommt wir gehen auf wir gehen auf luna auf den rest auf den rest beginn aber noch mal kommt einfach durch hier auf dem pool auf sehr schöner cool bleibt auf dem pool erst mal kommt zurück ja okay okay bleibt auch das ist okay ist okay guilty das wäre abgewöhnt mit terry rein zu lassen haltet euch links haltet euch links sind noch nicht alle tot kommt zurück kommt auf meine position kommt noch nachlaufen oder die lauf nach kommt kommt weg hat von der weg von der weg kommt weg kommt weg und weg kommt weg und weg ja wir gehen nach oben wir gehen nach oben geht einfach erst mit nach oben und es resammelt sich vorm hielt die zwei hier vor uns seitdem musst du dich vor hier noch reinkommen wir pushen durch mit der bubble in drei in zwei eins nach bubble hier tief tief rein hier tief tief rein das ist ja alles tut ich brauche ich nicht mehr ja gute bubble wir droppen hier runter komplett ihr liegt da auf jeden fall wo die ganzen leute geschaut lassen wir halten uns links wo ist mein ingi ja ich hänge am felsen auf mount hinterher dodgen haltet die in combat pullt den einen in combat ja geht den selber schuld geht den die von allen aber den dieb erwischt ne ja komm mal komm mal mit einmal den bug bitte hier oben ist er ne rechts bei mir wir müssen jetzt wir müssen jetzt gleiten und zwar ihr müsst rechts außen rum gleiten ok ganz an ihre disposition ihr jumpt ok wir können ja doch wir können gleiten weiter stellt euch weiter nach rechts so und jetzt hier an die kante hier vorne kann ich gleiten ich werde instant fall ich runter ich auch nicht bleib bleib hier ah ich will ja falk ich bin zu weit bietet doch oder man nimmt die andere seite man das war schwer wenigstens bin ich nicht der einzige unentwäge aus dem portal bitte aus dem portal aus dem portal aus dem portal aus dem portal weil wir haben keine zeit hast du ein portal er schafft es selber noch nicht achso er ist noch ok aus dem portal aus dem portal nicht zu weit links du machst weiter rechts weiter rechts starten sonst kannst du nicht gleich bleiben killt den killt den in uns können wir doch gar nicht lauf natürlich wenn die ganz close sind ok lauf nach vorne lauf nach vorne lauf nach vorne die anderen bitte lauf einfach lauf einfach auf die andere seite wir gehen zu luna lauft einmal bitte die andere seite